Freunde, ich grüße euch! Und zwar hat Kevin vor ein paar Tagen gegen Miskiff, das ist ein amerikanischer Streamer, Super Mario 64 gespeedrunt, das heißt, er hat quasi einfach gegen ihn gespielt, wer das Spiel schneller durchspielt. Und ganz kurz, um alle abzuholen, die jetzt gar keinen Plan für Super Mario haben, im Grunde geht es darum, wer am schnellsten 16 Sterne hat und dann Bowser besiegt, also quasi das Spiel einfach durchspielt. Und das Ganze halt einfach eben auf Zeit. Quasi, wenn ihr seht, dass Kevin mehr Sterne hat, ist Kevin vorne, wenn Miskiff mehr Sterne hat, ist Miskiff vorne. Jedoch ist das nicht immer so, weil Miskiff eine leicht andere Route nimmt als Kevin. Aber wenn das so passiert, dann wird das auch im Video gesagt, das heißt, ihr werdet auf jeden Fall auch abgeholt, wenn ihr gar keinen Plan habt und ja, ich hoffe, ich gefällt das Video. Wenn das euch folgt, dann lasst gerne einen Like da und einen Kommentar und abonniert auf jeden Fall den Gaming Channel. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. All right, Paper Plate. All right, do you want more? I didn't want to do this. You know, your cousins? Okay. All right, impressive. You know how to spell my name. Do you want to talk to me after I win or do you want to talk to me before? Shut the fuck up. Ich weiß nicht, ob ich im richtigen Discord bin, Jungs. Ich bin im Mistcourt. Und aus irgendeinem Grund ist, let's runes mit in meinem fucking Channel. Gut, raus aus meinem Channel des Runes, du Hund. Äh, äh, schimmer jetzt, Alter. Ah, warte, lass mich kurz im Mistland-Stream wieder ausmachen. Oh mein Gott, Mistkiff. Wait, that's not Paper Plate. You have to, you have to speak like third-grader English for me, all right? My English is fucking bad. I, I do that anyway. No false, no false. Have you seen my streams? Oh, ich spreke Deutsch, by the way. Sprichst du gut Deutsch? Uh, nein. Nein, nein, gut Deutsch. Specken sie, specken sie, uh, specken sie bitte. Are you single? What the fuck, bro? Wait, how old are you? Um, 24. How old are you? Fucking 40? I'm 26 now. Nah, that's cap, dude. What do you mean that's don't you dare say look older than 26? Maybe this helps. All right, you ready to do this? Yeah, let's go. Try. Via. I'm. Go. All right, let's go. Are you going to hit Lakitu skip in the beginning? I don't even want to talk to you anymore. You're just going to, I'll see you at the end. All right, see you, bitch. Fuck! Of course I won't hit Lakitu skip. That's all fucking trash. Dude, I don't remember how to do anything. Nice, let's go. Did he hit it? 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 He got it? No! Dude, he's probably fucking going crazy right now. All right, let's go, guys. This thing here is important. Okay, save. No! Fuck! Oh, scheiße, man! I'm taking it slow. He fell? Where? Okay. That's huge. That can save us time. Wait, he fell off the map? No way. Okay, wir haben aber guten save hingelegt. Das ist fein, das ist fein, das ist fein, das ist fein, das ist fein. All right, jetzt ist es kritisch, vorne. Come on, second try wäre auch noch fein. Okay. Hopp. All right, zweimal links, einmal schlagen, runter. Links, rechts, hoch, runter. Come on. Let's go! Oh my God, wichtig. Wichtig und richtig. Oh, I practiced this off-stream with tips. Yes! Hey, Chad, real talk, mein Englisch ist nicht so bad gewesen gerade. Guck mal, er hat mich verstanden, es war nicht unangenehm. Ich habe nur einmal nicht gewusst, was Save File oder so heißt. Aber das hätte ich echt schon nicht mehr auf Deutsch gewusst. Das war fein. Let's go! Here we go! Jenny taught me that one. Wie viel Shen hat Mist gerade, Chad? Aber jetzt fünf, okay. All right, wir sind slyly ahead. Aber, also ich habe sehr viele Sachen, wo man eigentlich einen anderen Weg gehen würde, der viel schwerer ist, den ich nicht so consistent hinbekommen würde, der aber mega viel Zeit spart. Dude, I get so nervous in these, I love it. I love the pressure, baby. I live for this shit. Shit. I hate the pressure. I want to go home. For America! I love you, Dad! Oh! Okay, ich glaube, hier bin ich relativ genauso schnell wie er. Bowser-Level wird nochmal kritisch. You're so close. Oh, my God, let's go! Oh, das ist eigentlich more intense, als ich dachte, Jungs. Who are you competing against? Uh, some guy in my Discord. All right, watch this, ready? Okay, okay, okay. Ah, war nicht perfekt, aber ist okay. Das nehmen wir. Wisst ihr, was richtig dumm war? Ich habe am Anfang vom Run das Fenster aufgemacht, bald. Und es ist sehr kalt. Okay, das ging auch ziemlich schnell, Bro. Oh, my God. Okay, nice. Ich habe so 20, 30 Sekunden Vorsprung. Nein. Ja, die werde ich aber auch brauchen, Bro. How close? No way. Is he a dark world? Ey, Bro, ist egal, ob ich gewinne oder verliere. Ich will einfach nur gut spielen für meine Fälle. Das ist das Wichtigste. Okay? Ich meine, ich kann jetzt nicht out of my mind plays auf einmal ausbringen. Okay, nice. 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 Nice, nice, nice. Oh, fuck, dude. Oh, shit. Ah, das war dumm. Oh, er macht die dark world Reds? Oh. Ja, er hat ne beste Route als ich, Digga. Er wird mich ficken, Bro. Das ist OP as fuck, man. Oh, mein Gott, so bad. Also, er macht quasi im Bowser-Level die roten Coins. Ich weiß nicht, wie viel Zeit das kostet, actually. Ich weiß auch nicht, wie gut er ist. Ich glaube, wenn man gut drin ist, dann ist das halt super, der Time-Save. Er hat neun. Holy shit. Not bad. Okay, aber er hat den Bowser-Fight noch nicht fertig, oder? Das heißt, ich bin actually von der Route her ein bisschen ahead, sage ich mal. Okay, das darf ich jetzt nicht verkacken. Das könnte ein krasser, krasser Timeless sein. Oh, mein Gott, no way. Okay, das ist ein krasser Timeless, aber wir saven das einigermaßen. No fucking way. Oh, mein fucking God. Oh, no! Dude, WTF, Mann! Als ob zweimal. Oh, mein Gott. Ja, das ist RIP. Der Vogel ist dann an einem falschen Ort. Oh, mein fucking God. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Pog jammed, I guess. Ich bin zweimal verkackt, dude. Shit. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Mods. What the fuck? Ey, wait, what do I do? I don't know what to do. I've never done that in my life. Wir sind schon am Run gerade. Danke, bruh. Lass dich schwenken, die. Er ist in die Pyramide geglischt. Oh, mein Gott. Das ist wasser immer viel Zeit. Oh, mein Gott. Pog jam, dude. Let's go. Oh, mein Gott. Das ist so viel. Das ist so teilweise, Jungs. Das ist so ne Minuto oder so. It's all right. 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 I'm actually playing. Wir müssen es einfach jetzt clean runterspielen, Jungs. Now, remind me. Do I get... After this, I get LL. I honestly forget. Do I go to LL? Oh, fuck, dude. Go, bitch. I got this, I got this, I got this. Go, go, go! Go! He's at 13? All right, we got this. It's fine. It's all going to come down some stairs, I'm telling you. Okay, so I get two stars here, then Mips, Clip, then... Okay, I remember. He's at 15? Okay, he's one star ahead. Means nothing to me. I don't want those words to ever come out of your mouth again. All right, jetzt kommen wir zu Choke City, boys. Aber jetzt ist es nur noch Big Choke bei mir. Okay, das ist schon mal sehr huge, dass wir den Hasen direkt gefangen haben. Das ist saved auf jeden Fall schon mal. Alter, der sollte sitzen. Ey, sorry an den Guy, der bevor den anderen Trick gezeigt hat. Ich will den jetzt nicht ausprobieren, Bro. Da ist nicht gerade der richtige Zeitpunkt für. Ah, Bro, what the fuck? Oh, die Stellvergessen. Jungs, fuck, dude. Schon wieder. Oh, my God, I haven't done this in, like, a year. And it just comes back to me like that. Oh, Bro. Go, Miz! All right. Miz the star? Oh, no! You're so stupid. Oh, mein Gott, ich bin eine dumme Bitch, Alter. Oh, mein fucking Gott. Bro, am I... Why am I doing Dance Dance Revolution up here? It's fine. It's gonna... I know what it's gonna come down to. Let's do this shit. Fuck, dude. Okay, ganz nice. Nehme mir. Nein! Oh, mein Gott, nein! Oh, mein Gott. Ah, wir nehmen die Save-Root, Jungs. Scheiß drauf. Oh, mein fucking Gott, dude. Come on. Ja, hier waste ich übel viel Zeit. Aber ist fine, ist fine. Auch Bowser-Level, also 3, wird ja krass. Extrem krass viel besser sein. Oh, bitte, trifft... Nein! Fuck, dude! Please! He missed? Let's go! Oh, mein fucking Gott, dude. Das war so ein unnötiger Zeitwaste. Holy shit. Holy shit, dude. Okay, jetzt ist... Jetzt ist... Jetzt ist richtig AIDS, dude. Jetzt kommen die BLJs und da muss es gut sein. Come on. I haven't done this in so fucking long. Oh, mein Gott, ich habe es gut gemacht. Ist er schon durch? Durch die BLJs? Nein, ja, dann hat er es. Nein, okay. Meine Mutter hat mich liebt. Man! Come on, dude. I forgot how it is! Oh, nein! Fuck! I'm in! I have to fuck, dude. Ja, das war's. Die zweite Treppe ist viel einfacher. Oh, mein Gott, das war's, dude. Das war's. Safe. Oh, mein Gott, never. Das kriege ich nicht hin, dude. Fuck, bro! Das war's, chat. Oh, mein Gott. Weil ich wusste, dass ich hier choke, dude. Feels fucking bad. Oh, es ist unlucky, Digga. Oh, mein fucking God, dude. He's still on stairs? Oh, mein Gott. Man, bro, come on! Bitte! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Where is he? He's still on the stairs? Ah, ja, das war's beim Bowser-Fight. Ja, das Ding hab ich verloren, bro. Oh, scheiße, man. Unlucky, dude. Boah, Bruder, aber gerade ist auch wirklich der Wurm drin, Digga. Ich hab das vorhin so oft geübt und so oft First Try Hit bekommen. Ey, das ist wirklich, das ist wirklich dreist, Bruder. Das ist wirklich fucking, das ist wirklich fucking, das ist wirklich fucking bitch. Oh, mein Gott. Did I hit it? Ah, almost got it. So, how was your day-to-day chat? Alright, let's just win. Erst dann, ah, fuck, dude. Ey, hätt ich doch nur die Scheiße. Hey, uh, thank you, uh, for playing me, random viewer. Uh, that was actually really fun. Uh, you should probably work on your 16-star a little bit more, but... Alex, it was a good game. Bro, shut up, bitch! I'm still in the run! Oh, my bad. Do you want me to come back in, like, an hour? Dude, what were you doing? I'm choking the BRJs very hard. Like, two minutes. Yeah, you must have some crazy carpet burn right now. You... That was absolutely terrible. Yeah. Like, half in the run. You had me. Yeah, I thought half in the run I got this shit. Let's go again. You want to reset right now? Alright, oh, wait, hold on. I'll let you finish your run. Oh, I'm already finished. So, what, you just gave up? No, I finished the run. You know, if you ever want help in 16-star, you can just always message me, Paper Plate. Oh, ha, ha, ha. Dude, shut up. Dude, Paper Plate, we should do this more often. Yeah, I'm down, dude. Why not? It's fun. But I really... You really got to get better. Oh, this is just going to get boring real quick. Alright, you ready? Are you on the intro screen? Yeah, I'm ready. Just come down. Let's see. Bro, it's three. By the way, it's... No, it's... Drei, zwei, eins. You count it down in German. Three, four, one. My bad. Alright. Tres, dos, uno, go! Alright, let's go. Ah, scheisse, man. Let's fucking go. Jump over E-Rob. Go over here. Grab the bomb. Hello? Wait, so chat, where is he at right now? Jeez, this is for you. He got cannonless? Okay. That is so hard to do. Yeah, bro. Misses, uh... Wie gesagt, er macht eine andere Route und shit. I'm going to go... If I fuck up cannonless, this runs dead. And he's going to win. I'm going to do the backup before I go cannonless. Alright, here we go. Please, please, please. Alright, now we go to the tippy top. This is going well. Wenn ich Fußballvereine unterstützen müssen, dann wäre es Union. Diese Kultur da ist auch mega cool, man. Wir waren halt so, auch bei so Stadion singen, oder wie es heißt. Also da haben wir so Weihnachtslieder gesungen mit allen Leuten da. Das war ultra geil. Wo ist er? There's no way. He's not right behind me. He real... Oh, okay. We have to start playing. Yo, chat, look what Sier taught me. Bro, wieder nicht da direkt rein, Junge. What the fuck? Boah, ich muss richtig fett kacken gerade. Holy moly, Alter. I met your bad bomb. He needs to take a huge shit. Chat, spielt er eigentlich auch auf der englischen Version, ja, oder? Digga, das gibt's nicht. Ich habe gerade mein komplettes Getränk verschüttet. Oh mein Gott, dude. Mein kompletter Tisch ist nass. He spills his drink, dude. Does this guy know how to stream? He's effing spilling his drink. What is going on? Ich meine, wenn wir drei Sekunden hinten sind, oder so, das ist fein. Das ist vollkommen fein. Das können wir easy bei den BLJs rausholen. Am I winning? All right, wir gehen risky. All right, wir wurden nicht bestraft, PogChamp. All right, das ist ziemlich clean, Mann. Für meine Verhältnisse war das richtig cool. Oh mein Gott, no! Bitte triff. Oh mein Gott, Digga, das war wirklich, das war wirklich aber richtig knapp, Alter. Holy shit. Oh, er hat verkackt. Oh, sick. Ja, das ist es. Nice. Oh, ich werde, glaube ich, aber nicht oben auf der Kante landen. Oh, ja. Oh, das ist immer ein bisschen pain dann. Okay, safe, 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 safe. Oh, das hat zwar ein bisschen Zeit gekostet, aber scheiß drauf. Okay, aber wenigstens nicht in die Pyramide gefallen. Oh, I'm a minute behind. It's fine, it's fine, it's fine. Come on, dude. God, das Ding ist, halt, ich sehe halt schon, wie ich halt gleich halt BLJs richtig hart blow. Das fack mich jetzt schon ab, Digga. There's no way I win. There's no way I win. Wenn ich das choke, Alter, dann wirklich, dann ist Polen offen, Alter. All right, danke. Let's go! Nice. Fack, du. Laber bitte diesen Pilz an, meine Fresse. Meine Fresse. Are you guys counting, or is he just getting more stars? What is this? Yo. Tell me when he's on MIPS. Oh, my God, he's already on fucking MIPS. Boah, sick. Shit. Oh, nicht first try. Ah, scheiße, man. Hello? Das ist es. Hey, no joke, mit dem Hase bin ich echt gut geworden, man. Okay, ich muss mich ein bisschen konzentrieren, man muss hier im Takt drücken. It's not over. I'm waiting for stairs. It's fine. You just gotta hope he fucks up on stairs. ...ducken soll. Weiter will ich lieber dir gucken, als mit Max Gold zu spielen. Ah, fuck, dude. Gott, ich muss jetzt die Wallkicks treffen, sonst wird's schwierig. Danke, man. Junge, mein Movement ist so wackst, shit, Alter. Nein, wir nehmen wieder die Save Route, scheiß drauf. Scheiß auf die Hater. Yo, Custer. I had up on the side. He got first cycle, fuck. Nice. Boah, Hände ein bisschen sweaty gerade, Alter. Woh, das Speedruns sind so fucking awesome, Chad. Ich lieb's. Es ist doch so viel geiler, wenn man gegen jemanden race, so. Also, es ist wirklich sehr, sehr fun, man. Ich hoffe, dass so Basti und so auch anfangen. Das werde ich gucken. I'm coming, baby! That's it. Jetzt kommen die BLJs. Oh, mein fucking Gott, dude. No way. What a time to be alive, Alter. Junge, gib it in diese Tür rein. No, shit! Did he really? Warte, warte, wir adjusten kurz den Winkel. Komm schon, Bruder. Können. Bro, is he gonna PB? That's fucking fast as shit. Bitte, Bruder. Come on. Jesus, das ist der einfache Part. I had it! Fuck! Meine Fresse, Alter, war das Pain gerade. Come on, Matt! What the fuck are you doing, dude? Oh, mein Gott. Danke, dass ich das nicht gechokt habe, Alter. Oh, mein Gott. Guck mal, hier zum Beispiel kann man halt locker 20 Sekunden sparen oder so. Das ist halt mega whack. Aber egal, juckt. Ich gehe den Secure-Weg, scheiß drauf. Oh, mein Gott, es ist nicht gechokt, Kevin. Nicht gechokt, nicht gechokt, nicht gechokt, nicht gechokt, nicht gechokt, nicht gechokt. Trifft er? Oh, mein Gott, dude. Der ist... Too nice. Ah, fuck, man! Missed again. Hold on. Der ist... Bitte, bitte. Oh, mein Gott, dude. Missed again? Okay. Come on! Let's go! Boom, bitch! Woo! Let's go, baby! Boom! Bro, this is actually my personal best, boys. 2059 war meine personal best davor. He PB'd? Good for him. Nicht enttäuscht! Schön, Mann! Oh, mein Gott. I don't want to talk to him. I don't want to talk to him. I don't want to talk to him. Yo, do we mind... Do you mind if we reset real quick? I think I have. GG, dude. Bro, if you need help with the BLJs or something, I can, like, help you out, and we can practice it. Oh, shut up, dude. You got so wrong, dude. You got so lucky. Oh, shit. All right, this is it. Best two out of three. You ready? Yeah, I'm fucking pumped, dude. Let's go. Wait, how well did you PB? Like, one half a second better than before. So, it's 2058. What's your person the best for 16? 1849. Shut up, dude. I swear it's 1849. Shut up, dude. It really hurts me that you don't believe that my time is... You know what? I'll prove it to you. I'll prove it to you right now, paper plate, all right? I have to take a piss real quick. Give me a second. Yeah, yeah. Go, 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 go. All right. All right, now I got to go, Pig. All right, so what does the winner get from the loser? I thought the winner is... Sorry, the loser is singing the Britney Spears song. That's right. Okay. Was that the... What is Einsatz in English? Like the fucking... You know. The letter B. What the loser has. Yeah, yeah. The wager? Is it the wager? Yes, the letter B. The steak? Yeah, all right. Good luck, bro. You need it. I really don't need it. You do. Hope you're ready to sing. Ready? All right. Three. Two. Three. Go. You're dead to me. Bro, das klassische... Das klassische 3-2-3-go. Wer kennt's nicht, digger? Ich glaube, bis 13 kann ich halt irgendwie fünf Sprachen oder so. Ich glaube, die meisten von uns, actually. Nice. Oh, Gott. Danke, Mann. Oh, nice. Oh, nice. Huge, huge, huge. Das ist wichtig. We got it. Fuck. Do I go for the Owlis yet again? Do I believe in myself where I could do Owlis three times in a fucking row? It would put me ahead. Yeah, I save a lot of time. Four seconds. I'm doing Cannonless. Ich bin so jemand, je weniger ich try harder, desto besser spiele ich. Das macht keinen Sinn, aber es ist so. Okay, ich kann dir nicht erklären, warum es so ist, dog, aber es ist einfach so. Bro, das Ding ist, ein Raise ist halt auch nochmal was ganz anderes, ne? Es ist halt, ich weiß nicht, Mist macht wahrscheinlich halt auch einfach ein Reset, wenn er halt chokt, so. Also, wie soll ich sagen, ich runne halt trotzdem meistens, also, ich runne halt trotzdem meistens durch, aber gerade am Anfang, dude, da würde ich halt resetten. Und wenn du das chokest, dude, holy shit. Also, wisst ihr, was ich meine? Ich kann mich gar nicht ausdrücken, aber ihr versteht vielleicht, was ich meine. I don't want to sing at all. Ey, no joke, chat. Das ist so Twitch UFO361 shit, Alter. Deutschland und Amerika zu connecten. Mega funny. Ich will mich jetzt nicht mit UFO vergleichen oder so, verstehe mich nicht falsch, aber das ist ziemlich cool, man. Oh, okay, ist fine, ist okay. Nicht superfuture, aber ist fine, I guess. Dude, this is fun as fuck, though, but I'm fucking nervous as shit. Braucht man für Nintendo online auch ein Abo? Oh, dicker, keine Ahnung. Ich nutze Google, doch. Okay, aber ich glaube, es ist ein Abo, ja. Ich glaube, ich pay 8 Euro oder so im Monat, ich weiß nicht genau. Simply reacted, dude, what the fuck? Oh, das sind Super Mario 64 Legends, jungs. Mast du schon Race Game Missgift? Ja, das ist die dritte Runde gerade, no joke. Also, es steht 1-1 quasi. Ja, wir sind Rich Rich, Chanel Back Vintage. Mein bester Freund war Lucifer, haben wir uns verewigt. Ah, nein! Fuck! Bro, davor war es so clean, wie unlucky, dicker. Jetzt wieder gleich, fuck, dude. Das ist nicht gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das war weird gerade. Dude, I'm pulling a Mitch Jones. Ludwig, Freunde, dich so hart? Ludwig einfach American-Papa-Platte einfach. Ludwig, Freunde, dich so hart ist ein bisschen mehr Handsome. Chad, he doesn't do red, so I'm ahead. Chad, I missed that throw, so he's ahead. Oh, fuck, dude. Bro! Meine Fresse, nimm doch einfach den Stern, Junge. Das war sehr, sehr clean. German language, angry language. Ich weiß nicht, ist es so, dass Deutsch so eine harte Sprache ist? Bratwurst. Ja, I don't know. Ja, ich glaube, Englisch ist ein bisschen smoother so. Kann schon gut sein, ja. Oh Gott, danke, Mann. Ja, ich glaube, Englisch ist ein bisschen besser. Ja, ich glaube, Englisch ist ein bisschen besser. Es ist close, oh, fuck, baby. Es ist zu kommen, ich weiß, was es zu kommen. Ich weiß, was es zu kommen. Mein Herz ist Pounding. Ah, Bruder, WTF? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, Spinzelbad. Es ist alles zu kommen, zu BLJs. Der ist... Junge, schwimm schneller, du Schwein. Er ist auf jeden Fall der Head. Ich muss halt die BLJs hitten und das Level nicht verkacken. Weil hier werde ich auf jeden Fall auch noch mal im Vergleich zu ihm Zeit verlieren, hundertprozentig. Das ist halt wirklich ein langsames Level für mich. Okay, nice. Das war wichtig. Auch wenn es nicht perfekt war, aber es ist fein. Okay, nicht gechoat. Das ist wichtig. Das Ding ist halt, die BLJs sind halt das, was jetzt das carryt, ne? Wer die BLJs sind, der hat's. Gott, wie ich diese Dinger hasse, Bro. Der hat's, damn. Bro, ich glaube wirklich, dass es krass viel leichter ist auf, ähm, Emulator, ne? Nooooo! Fuck! Okay, sick. Ich trust trotzdem. Fuck it, dude. Why not? Fuck, dude. Yastu! 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 Pfff, oh, das ist nicht gut. Fuck, dude. Nein. Oh mein Gott, fuck, dude. Yastu! Das war's für heute. Gifted in Tier 1 Sub. Hahaha. Fuck you, dude. Woo! Baby, let's go! Woo! Ey! Let's go! Woo! America, baby! We took it back! Let's go! Ah, ich zieh trotzdem kurz durch. Oh, was? Wie tief? Ich möchte mich hinlöschen. So long! So long! So long! So long! So long! Oh, my God! Finally, Alter! Heilige Scheiße, Mann! Das war richtig Müll! Das war richtig shit, Mann! Bro, how many drinks did you just spill on yourself? What's that? Pop a latte, baby! Dude, admit that was really fun, though. Yeah, man. Let's do it like in two weeks or something. It will be fun. Yeah, let's go! Let's do it again! Everyone practice and then we fucking go again. Yeah, let's practice and go again. That was fun as hell. Yeah, man. Let's do it. It's gonna be really fun to listen to you sing right now, though. But I'm going full mute. I'm just singing. Alright, go for it. Can you do Oops, I did it again? Uh, yeah, okay. It's fine. Dude, that was so much fun. Dude, the Germans, you guys are great. You guys are great. You guys are great. Yeah, never do that again. Please. Yeah, yeah. Please, never do that again. Okay, bro. Bye, Paper Plate. Have a nice day, dude. Peace, peace. Bye. That was turbo fun, Chad. Chad, was that fun? That was really cool. That was really cool. Boom, boom. Oh, 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 oh. Was soll ich dazu sagen? Ich hab mehr Fr produto. Könnt mich eigentlich nicht beklagen. Nur einfach negative Sange.